In diesem Video erklären wir euch, was eine Hypothek ist. Stellt euch vor, Easy Finance möchte sich ein Haus kaufen, aber leider fehlt ihm das nötige Kleingeld dazu. Damit er sich das Haus trotzdem kaufen kann, muss er bei der Bank einen Kredit aufnehmen. Er bekommt also jetzt Geld und zahlt es später zurück, inklusive natürlich zusätzlicher Zinsen. Doch die Bank hat Angst. Was mit ihrem Geld passiert, wenn Easy Finance das Geld nicht mehr zurückzahlen kann, weil er zum Beispiel pleite gegangen ist, denn die Bank möchte ihr Geld auf jeden Fall zurück erhalten. Deswegen vereinbaren die Bank und Easy Finance, dass die Bank eine Hypothek für das Haus erhält. Doch was bedeutet das nun genau, dass die Bank eine Hypothek erhält? Durch die Hypothek kann der Hypothekengläubiger, hier die Bank, die Begleichung einer Forderung fordern oder, falls dies nicht passiert, die Zwangsvollstreckung vornehmen. Das bedeutet, dass sie das Haus zwangsversteigern dürfen. Das wäre für Easy Finance allerdings ziemlich hart, wenn die Bank jederzeit das Haus grundlos versteigern könnte. Deswegen ist die Zwangsvollstreckung so lange nicht durchsetzbar, wie Easy Finance der Rückzahlung des Kredites nachkommt. Geräte hingegen mit der Rückzahlung in Verzug kann die Bank den Kredit kündigen und damit auch die vollständige Begleichung des Kredites fordern. Kann er den Kredit nicht begleichen, ist die Zwangsvollstreckung möglich und durchsetzbar, da die Rückzahlungen, die bisher die Zwangsvollstreckung verhindert haben, nicht erfolgt sind und auch die Begleichung der Hypothek nicht passierte. Andererseits, wenn das Darlehen erfolgreich zurückgezahlt wurde, führt dies automatisch dazu, dass die Hypothek erlischt. Denn die Hypothek kann nur für einen ganz bestimmten Kredit bestellt werden und wenn dieser vollständig zurückgezahlt wurde, besteht der Kredit nicht mehr, sodass es auch keinen Grund mehr dafür gibt, dass die Hypothek besteht. Deshalb wird die Hypothek auch als accessorische Sicherheit bezeichnet, denn ihr Bestehen hängt vor allem von dem Bestehen des Kredites ab. Und auch die Höhe des Geldes, welches die Bank aus der Zwangsvollstreckung erhält, ist genau so hoch, wie die Kredithöhe bei Zwangsvollstreckung. Für das Entstehen einer Hypothek müssen vier Voraussetzungen erfüllt sein. Der Grundstückseigentümer und der Hypothekengläubiger müssen sich darüber einigen, dass eine Hypothek entstehen soll. Dazu muss die Hypothek eingetragen werden. Dies passiert in der dritten Abteilung des Grundbuches. Dazu muss der Hypothekenbrief übergeben werden. Dies kann allerdings durch Vereinbarung abbedungen werden, sodass die Briefübergabe nicht zwangsläufig erfolgen muss. Dazu muss noch eine Forderung bestehen. Denn wie bereits gesagt, ist die Hypothek accessorisch zur Forderung, also keine Hypothek ohne Forderung. Was passiert, wenn die Bank den Kredit verkaufen möchte? Kann sie dann auch die Hypothek übertragen? Denn es würde wohl keiner einen Kredit ohne Sicherheiten kaufen. Doch auch die Übertragung von Hypotheken ist möglich. Dafür muss einerseits die Forderung abgetreten werden. Der Hypothekenbrief muss übergeben werden, bzw. wenn es keinen gibt, weil er abbedungen wurde, dann muss die Übertragung im Grundbuch eingetragen werden. Zusätzlich muss der Übertragende verfügungsbefugt sein, also Inhaber der Hypothek. Nun noch zu einer Besonderheit der Hypothek. Stellt euch vor, Easy Finance hat den Kredit erfolgreich zurückgezahlt, sodass kein Kredit mehr besteht. Allerdings die Hypothek noch nicht aus dem Grundbuch austragen lassen. Nun tritt die Bank, welche ursprünglich die Hypothek hatte, die Hypothek an eine andere Bank ab. Eigentlich ist die Hypothek ja accessorisch zum Kredit, sodass man jetzt denken könnte, dass das nicht möglich ist, da die Hypothek ja gar nicht mehr besteht. Doch die Hypothek kann trotzdem gutgläubig erworben werden. Dafür wird für die Hypothek das Bestehen eines Kredites fingiert. Damit erwirbt die zweite Bank eine Hypothek, die eigentlich gar nicht mehr bestand und hat auch alle entsprechenden Rechte, also zum Beispiel auch einen Anspruch aus Zwangsvollstreckung. Sodass Easy Finance sein Haus verlieren könnte, obwohl er den Kredit schon bezahlt hat. Die einzige Möglichkeit dies zu verhindern ist, dass die Hypothek aus dem Grundbuch ausgetragen wird. Deswegen sollte man, sobald man einen Kredit zurückgezahlt hat, auch die Hypothek austragen lassen. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Bis dann!